So deine Bastelzeit und heute mal wieder einen alten Bekannten oder so fast. Rauchmelder. Der hier, der hat mir eigentlich so eine Nacht gekostet, weil laut und so. Joa, es ist aber nicht die Batterie, sondern er ist wirklich auf Alarm gegangen und das ist halt uncool, weil es ist sehr laut, wie ihr sicher wisst. Und ich habe da schon so eine Idee, wieso der so laut geworden ist. Denn wenn wir auf die Rückseite gucken, sieht das hier so aus. Ja, hier ist er auf off, aber fällt euch noch was auf? Die kleinen schwarzen Punkte hier. Yay, Gewittertierchen aka Fransenflügler. Ich habe so die dumpfe Vermutung, dass wenn ich da reingucke, eventuell auch welche da reingekommen sind und ja, das könnte natürlich dann dafür sorgen, dass der hier den Dienst quittiert hat. Quittiert hat er ja nicht wirklich, sondern er hat den Dienst zu gut gemacht. Nun gut, also ich glaube, hier sind ein paar Schrauben drin und das sind auch Dreieckschrauben. Wer macht denn sowas? Holen wir die mal da raus, gucken, wie es im Inneren aussieht, nachdem wir den passenden Schraubendreher gefunden haben. So, ein passender Schraubendreher später. Dürften wir da auch etwas weiter reinkommen? Hm. Interessant, also hier ist sogar ein Gitter drum, also es hat Lücken. Na gut, hier haben wir auch unsere Lithium-Batterie. Neue Zweidrittelartzelle, wenn ich das richtig schätze. Das ist dann die 10-Jahres-Batterie, wobei 10 Jahre halt optimistisch ist in vielen Fällen. Aber die sind leider inzwischen in vielen Fällen vorgeschrieben. Wir haben den Test-Button hier. eine Spule, wahrscheinlich um ein bisschen zu filtern. Hier drunter, ne Quatsch, hier drüber. Da sitzt der Pieper mit seinen drei Anschlüssen. Viel mehr haben wir nicht. Eine grüne und eine rote LED. Schauen wir mal unten drunter, wie es da aussieht. Was mich im Moment ein bisschen überrascht ist, dass tatsächlich keine Tiere hier zu sehen sind. Oh doch, 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 hier, da am Rand, da sehen wir schwarze Punkte. Also, noch könnten wir auf dem richtigen Weg sein. Insbesondere, weil die halt irgendwie so enge Schlitze und so ganz cool finden. Wieso kommst du nicht raus? Achso, das ist der hier. Sehe ich das richtig, dass ich ohne ausschalten das Ding nicht, äh, ohne das einzuschalten das nicht rauskriegen kann? Die Sache ist, wenn ich den nach hinten mache, geht er an. Dann hoffen wir, dass es nicht laut wird. Wow. So. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber das ist ein Spinnengeweb. Okay, Spinnen im Rauchmelder hatte ich so auch noch nicht. Sonst eine sehr optimistische Lötstelle hier. Und das hier ist auch eine interessante Sache. Dieses Ding, wo das Rote hier reingeschoben wird, das ist ein Kopfhöreranschluss, den man dafür genutzt hat. Und man nutzt diesen, ähm, viele davon, die haben einen Kontakt da drin, um umzuschalten zwischen internem Lautsprecher und Kopfhörer. Und den nutzt man anscheinend, um hier den Rauchmelder zu deaktivieren. Okay. Äh, immerhin eine gute Sache. Das Horn ist gesteckt. Das kann man wahrscheinlich dann auch hier rausziehen. Sprach er und bekam ihn nicht raus. Na doch, jetzt. So. Dann haben wir den schon mal ein bisschen entschärft, wobei aktuell sollte er ohnehin hierdurch abgeschaltet sein. Es gibt hier noch einen Verbinder für irgendwas. Das könnte sogar zu vernetzen sein. Ja. Wenn wir hier mal gucken. Hier ist einer beschriftet I.O. Das ist dieser Vernetzungsding. Das ist der untere. Mit dem wir folgen. Der kommt hier auf dem Verbinder raus. Also ist schon vorbereitet, um ein Vernetzungsding anzuschließen. Aber was für mich ja interessant ist, wieso hat das Ding ausgelöst? Mal abgesehen von dem Spinngeweb hier. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier mal rein zu gucken. Kriegen wir den irgendwie raus. Hier ist eine Klammer, die das Gitter festhält. Okay. Dann haben wir hier oben die Schirmung und darunter den Deckel. Dann nutzen wir mal unseren Schnellendlöter. So. Noch sehe ich nichts. Man geht hier. Aber ich sehe weiße Punkte drauf. Das könnte aus der Richtung stammen. Probieren wir mal die Klammern aufzukriegen. Das ist jetzt wieder so ein Fall, wo man auf einer Seite aufmacht und die andere wieder zugeht. Machen wir mal hier sauber. Und ja, definitiv. Da sind Gewittertierschen im Rauchmelder. Ja, kein Wunder, dass der dann nachts plötzlich Krach gemacht hat, wenn die lieben Viecher da sich drin niedergelassen haben. Ja, wenn wir hier gucken, hier sehen wir auch, wie das funktioniert. Wir haben ja außen dieses Gitter erstmal außenrum und dann hier diese hauptsächlich Lightraps. Das ist einfach nur, dass von außen kein Licht reinkommt in diese Kammer hier. Aber wie wir sehen können, Luft und damit auch die Tierchen, die können natürlich hier zickzack krabbeln und dann sind sie hier drin. Das Ganze funktioniert so. Hier ist vermutlich eine Leuchtdiode. Die strahlt Impulsen hier in die Kammer rein und normalerweise würde das Licht halt nirgendwo hingehen. Weil warum? Wenn aber hier Rauch reinkommt, Rauchpartikel, Staubpartikel, irgendwas in die Richtung, die reflektieren halt. Das heißt, das Licht geht dann dagegen, wird in alle Richtungen verstreut und ein bisschen kommt dann hier beim Empfänger an. Und der ist so eingestellt, dass entsprechend der auslöst, wenn hier Reflexion zurückkommt. Es gibt noch ein paar Spezialfälle und zwar gibt es einen Selbsttest. Dabei wird hier der Verstärker einfach ganz hoch gedreht, sodass er in jedem Fall das Licht hier noch irgendwie wahrnehmen kann um die Ecke. Dass er so merkt, um die Ecke leuchtet noch was. Das macht man ab und zu, einfach um sicher zu gehen, dass die beiden Dinger hier noch funktionieren. Quasi so als Logik-Check. Okay, ist nichts kaputt gegangen. Aber naja, wie gesagt, wenn hier drin jetzt plötzlich ein Tier rumfliegt. Ja, es reflektiert natürlich auch. Und wenn hier einmal was ankommt, dann wird es laut. Können wir hier drunter gucken, ob hier noch irgendwas angetiert ist. Ich sehe jetzt so nichts. Ja, ich würde sagen, ich halte gleich einfach mal die Pressluft drauf. Und dann sollte das Getier hoffentlich draußen sein. Und dann mal gucken, ob ich irgendeine Idee finde von Leuten, die sich damit auskennen, ob man da was gegen tun kann. Denn ich habe die Befürchtung, selbst wenn ich den hier jetzt austauschen würde, was ich wahrscheinlich machen muss. Weil der hier ist ja sehr, sehr geöffnet und öffnen ist nicht mehr zulässig. Und das ist halt leider an einer Stelle, wo ein Zulässiger hin muss. Aber selbst wenn ich einen neuen hinhänge, das Problem tritt ja immer wieder auf. Das ist halt ein Problem, was man halt einfach durch sowas hier auch wahrscheinlich nicht sinnvoll erschlagen kann. Mal gucken. Also Kompressor an. Einmal Pressluft durch, dass die Reste da auch rauskommen, falls da noch irgendwas drin ist, was ich nicht gesehen habe. Und ja, dann ist das Ganze wieder rückgängig. Da ist also Deckel draufgeklipst und das Ganze wieder angelötet. Das geht da wieder drum. Nicht, dass es was bringen würde. Und jetzt ist er theoretisch zumindest wieder einsetzbar. Löst aber noch immer nicht mein Problem, dass da diese kleinen Mistviecher reinkriechen können. Das ist nervig. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal damit klarkommen. Gucken wir erstmal, was der hier sagt. Ob er überhaupt noch funktioniert. Also bauen wir mal wieder ein. Aktuell, weil ausgesteckt keine große Gefahr wollte ich sagen. Aber ich kriege ihn ja nicht nachträglich eingesteckt. Dann nicht. Okay, dann müssen wir es wohl oder übel doch im eingeschalteten Zustand hier einbauen. Oder eingesteckten. Also machen wir mal wieder die Tröte hier dran. Und dann notgedrungen rein damit. Und zwar schnell. Wobei der hat hier ja sogar einen Mute-Button. Das heißt also, wenn ich hier drücke, ginge das Ding auch aus, falls es angehen sollte. Also falls der Alarm irgendwo durch losgeht. Und ich hatte nochmal nachgeguckt. Also der schaltet tatsächlich über diesen Kopfhöreranschluss die Batterie komplett ab. Also da ist auch nirgendwo mehr Strom drauf. Also recht sicher, sobald das Ding da drin ist, dass man da in Ruhe basteln kann. Nicht, dass man es machen sollte. Wie gesagt, durch so eine Reinigung verliert man natürlich die Zulassung. Leider. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn so Viecher dann hier tatsächlich da so Probleme darstellen für die Geräte. Weil, wie gesagt, man ist ja gesetzlich verpflichtet sie zu haben. Je nach Bundesland unterschiedlich viele. Und ja, wenn man dann alle paar Monate neuen kaufen kann, weil wieder mal Viecher reingeklettert sind. I start nervig. Na gut. Kommt natürlich auch immer sehr auf die Wetterlage an und wo man so ist. Gerade jetzt über den Sommer hatten wir sehr wenig wühle Tage. Da kommen dann die Tierchen nicht raus. Also für die, die sie nicht kennen. Ich weiß nicht, wie verbreitet sie jetzt in den städtischen Bereichen sind. Gewittertierschen, das sind halt im Prinzip kleine Fliegen. Sehr kleine Fliegen, wie wir gesehen haben. Und die kommen halt hauptsächlich raus, wenn es eine feuchtschwüle Luft ist. Also eben zum Beispiel bei Gewittern. Insbesondere in der Übergangszeit, wenn es warm ist und feucht ist. Jetzt hatten wir dieses Jahr das, je nachdem wie man sieht, Glück oder Pech, dass es quasi gar kein Regen gab über den Sommer. Das heißt also sehr wenig mit den Tieren zu tun gehabt. Leider durch auch sehr wenig an Wachstum bei Pflanzen. Das ist natürlich für alle, die Sachen anbauen ungünstig. Sowohl privat als auch natürlich die ganzen Bauern mit ihren Feldern. Aber das sind halt Dinge, über denen wir wohl in Zukunft öfter klarkommen müssen. Naja. Gut. Technisch wieder zusammen. Mal gucken, ob er auch funktioniert. Mal wieder hier rein. Und du bleibst hier, dass ich dich im Zweifelsfall schnell ausbekomme. Rot blinken tut da. Und wenn wir jetzt hier mal den Testalarm machen. Jo. Piept definitiv noch vor sich hin. Okay. Er funktioniert noch. Ich werde ihn auch definitiv wieder aufhängen. Weil, warum nicht? Wie gesagt, vielleicht nicht an der Stelle, weil... Mi, mi, mi. Behörden und so weiter. Jo, er hat mir auf jeden Fall jetzt wieder ein Problem aufgezeigt. Eventuell gibt es gleich noch Ergänzungen, wie man da was gegen tun kann. Was es da für Tricks gibt. Mal gucken, ob da irgendeiner was mit mir teilen möchte. Ansonsten, wenn ihr Tipps habt. Und euch damit auskennt, wie man die Tierchen aus einem Rauchmelder raushalten kann. Dann gerne in die Kommentare. Ich kenne es halt von Flachbildschirmen von TFTs. Da war es ja früher immer so. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass die Tiere dann durchs Licht auch so ein bisschen angezogen werden. Licht und Wärme. Ein Rauchmelder hat jetzt eigentlich kein Licht innen drin. Und Wärme würde ich jetzt auch nicht unterstellen. Jedenfalls nicht in einer nennenswerten Weise. Hier geht es ja um Stromspann, dass die Batterie lange hält. Wo man viel Strom spart. Da hat man auch entsprechend dann wenig Abwärme. Ansonsten repariert ist er jetzt wieder. Und damit tut er, zumindest abgesehen von der Zulassung wieder, was er soll. Wärme. Um, immer wieder. Mal wieder. Vielen Dank.